Der Legende nach gibt es einen einzigartigen Smaragd mit sagenumwobenen Kräften. Seit Jahrhunderten sucht man ihn, doch er wurde nie gefunden. Bis heute. Das erste Mal ohne Eltern unterwegs. Genial. Dick, bist du? Seid ihr Landstreicher oder sowas? Sehen wir so aus? Ich bin Hardy. Und das ist Robi. Ich bin Robi, dein Geboi. Okay, das Vögelchen verlässt das Nest. Dick ist entführt worden. Warum sollte der entführt werden? Weil sie ihn mit dir verwechselt haben. Was könnten die von dir wollen? Ihr seid hinter dem grünen Auge her? Los, da drüben ist unser Mann. Beeil dich! Neue Abenteuer. Dick muss hier irgendwo versteckt sein. Was soll denn das? Neue Geheimnisse. Timmy? Das ist dick. Ich mach das. Oh Mann, war es gefurzt. Los, runter! Manchmal ist es gar nicht so schlecht, einen großen Bruder zu haben. Fünf Freunde 2. Fünf Freunde, das sind wir. Ab 31. Januar im Kino.